was passiert da gar nix wir sind ab und zu elektrisch aufgeladen oder was das ist irgendwelche rissen sind vielleicht bringt das auch irgendwas ich laufe erst mal im kreis ich will so oft meine fähigkeit benutzen wie es geht wir dürfen nicht zu zweit stehen dankeschön warum ja weil er auf dich drauf geschossen hat du standst da diese kommen diese komischen dinger die schießt da immer um was ist was bringt das denn hier irgendwie munition jetzt muss ich die muss fähigkeit wieder einsetzen ok ich habe der granaten voll nice alarm ok stellt es gar nicht runter kann aber bitte mal meine scheiße kann da kommt was kommt hier raus kommunikation erst mal wieder kreis laufen laufen kreis lauf schlappe lauf hier für das granat mein freund also was zu tun ich hab keine doch ich hab noch was schild runter oh oh jetzt passiert irgendwas vorsichtig was alter lauf oh nein meine gummiente nein hast gesehen was hier ist ich muss irgendwelche wächter kommen her alter damit doppelte herausforderung alter jetzt hat er den weggekickt oder was danke ich bin gleich tot ach so doch nicht lauf um dein leben tschüss ich aktiviere einfach dann krieg ich wenigstens leben ach der hat schon wieder voll oder was ja der ist wieder ein schild ist wieder voll hat doch gerade gesagt wdf aber der hat einen anderen modus siehst du mhm äh ich glaub der hat wahrscheinlich drei verschiedene modi ja der hat gleich drei verschiedene ich kann mich beim arsch modi ey und wir müssen alle schilder runterhauen wow feuer feuer aaaaaaah dich pfff wir müssen hier mal das verdammte schild runterhauen oh ich versuche mir das ding zu holen hier ja gut dass ich den runtergeballert habe sauber ok wieder im kreis laufen danke was ist mit ihnen denn jetzt los zentos versuch nur pass auf versuch nur im kreis zu laufen und hol dir nur die granaten raus ja jetzt maul ich mache das kopf so wie ich will dass der kasse kasse naja jetzt habe ich und jetzt weiter ich glaube wir müssen nein gesetzte richtung war das ist schädlicher für uns wir verrecken er dadurch zusammen in eine richtung denn da kannst du mir bitte mal so ein ding geben danke danke ja was läufst du mit oder gegen uhrzecker sind auf geht mit wie du gerade läuft hinter mir ist auch noch was ist denn jetzt bei dir los lass mich doch mal in ruhe jetzt sind das schaden ich muss ja wieder heilen ich weiß nicht was kommt sein also nicht in der luft bei mir ich bin an seinem stein hängen festgeblieben wir einigen ist immer kreisverkehr immer uhrzeiger sind granaten ich habe gesagt wir laufen gegengesetzt nicht zusammen weil das ist tödlicher für uns warum wo wir dann mit einem auf einer stelle stehen und dann sind wir beide zusammen gleichzeitig so sicher dass wir gegengesetzt laufen sollen ja eigentlich schon sicherer ich bin jemand nicht hinten fast tot wo ist er wo soll ich sehe nicht hinter dir am arsch ihr könnt haben was denn er was könnten noch ein paar raketen werfer kommen ich muss meine waffe wechseln aber warum ist er denn hinter mir her hat er keine hobbys oder so ich versuche mal wenn ich die anderen typen zu finden oder mir gegen laufen einfach an zu hinten hinten jetzt habe ich keine mehr weg 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 ich habe gleich keine zucker warte offen mehr ich weiß nicht was kommt ich weiß alter vom klebt wird vom alter da kommen her muss er das war voll viele granaten ich hätte irgendwelche schock granaten holen sollen weiße jetzt kann man fast alles gebrauchen jetzt stimmt jetzt kommt jetzt aber ich finde schön dass er nur gegen hinter dir her ist ja ich aber nicht irgendwie ist das kacke was bringt einiges feuer gegen feuer aber eis kann ich auch nicht ständig einsetzen lauf da weiter jetzt lauf ich wieder in die andere richtung boah war das knapp eben was für feuerfontäne aber wenn wir so weitermachen schaffen wir es btf ich bin gleich tot ich kann dich nicht wiederbeleben ich bin gleich tot oh nein hau doch ab danke meiner macht doch dann bitte ja ich das ist das problem wenn du grad nachladen muss dann wächst du doch einfach die waffe ich schaff das noch na fettes gummi händchen er ganz ehrlich ich merke das beim schießen gerade ja jetzt ich bin gleich tot verdammt axt ich bin gleich tot jetzt bin ich tot ok ich halte noch ein bisschen in ihrem schacht ich sterbe doch nein doch nein hätte ich aber nein hör auf zu sterben ja dann weil dich ja mach ich doch schon bin ja gleich da noch mehr von den pissen holt helft helft danke da bin ich ja ich komme und in dem moment schlägt davon auch wo der wichse und fröhliche weihnachten überall kommen wir so also hier setzen schaden eine feuerbomben auf mich glaube es geht auf mich los hoffentlich kann ich meine sniper rausholen nämlich wirklich er geht nicht auf mich so nein ich verschwinde hier nicht vergessen ich komme dir gleich entgegen so jetzt kriegst du ein bisschen eis am kopf ein